...und wir kommen nach oben! Hallo! 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 Ich muss noch kurz sagen, von hier haben uns die ersten Reihen, wir haben gerade die Konzerte zurückverfolgt, das sind unsere ersten Reihen, so bei Leute, aber was hier los ist, alle Späler, oder? Sie machen uns wieder! Das ist ja halt Deutschland! Und wir sind zuhörig, um eine Frage zu beantworten. Wo ist die? Wie kann ich auch machen? Antworten! Ich kann jetzt mal kurz fragen, wann kennt man die Frage hier vorne zu leicht, wenn man oben klagt? Ich kenn die Frage, ich? Ich habe nie zufrieden bekommen, sie fragen! Wann kommen, kommen? Da war ganz schlecht, ich stehe halt da oben. Jo, also, heute ist die Frage, hier ist er! Ich habe meine Haken nicht gemacht! Jo, und wir haben das nicht gemacht! Achso, wir haben, wir haben ja den ganzen Tag schon im Gangstorm laufen, wir haben schon ultra krasse Blasenfüße und bla bla bla, das muss ja auch noch mal heiß erzählen, wie ich glaube, das ist. Und wir haben so ein bisschen ein paar T-Shirts, die sagen, dass es ein aktuelles Gangs ist, ich weiß jetzt nicht genau, und heute, wie ich denke, jetzt kommt jemand schon ein bisschen weiden, oder wegen Christoph Kraft, der jetzt kippen will! Ja! 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 Ich habe ein Angebot! Ja! Ja! Ich kann jetzt mit den Jermotten noch mal streißen! Und jetzt kommt mal rein! Ja! 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 Hey, Ja! Woll! Ja! Wenn ihr habt ihr noch rein! Oh ja, Hey Jinny, habt ihr Mütter auf, na... Super-Homis oder so. Super-Homis, super-Homis! Super-Homis, Super-Hokie, 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 dann schminkst du alles an mir. Warte, Herr, du. So, alles gut. Hier geht der Zwei-Stell aus dem Wasser. Ruh, hoi! Hier geht der Zwei-Stell weiter. Wer zum Zahnarzt liebt, ist er noch nicht auf der Bühne, Mann. Und wenn man sich in Weltkrieg und was, die wir in der Zahnarzt lieben, dann kommt die Zahnarzt. Ah! 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 Wohin soll Trump kommen? Wohin soll Trump kommen? Wohin soll Trump kommen? Wohin soll Trump kommen? Hey, wie heißt die Online-Talkshow? Wohin soll Trump kommen? Was? Das kenn ich noch gar nicht. Wohin soll seine Offenbarung nennen? Wohin soll Trump kommen? Wohin soll Trump kommen? Ha! Ich hab was zuhört, was war? Wohin soll Trump kommen? Was soll ich dennimmern? Da sprechen wir miteinander. Ich hab ihr noch nichts gehört, ins Video, wennns todavía kommen. Wohin soll Trump kommen? Welk zum Glückstum! Und vielen Dank nochmal, vielen Dank für eure Zuschauer in Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche es morgen eine ganz schöne Freizeit von euch an Bord. Es ist so schön, dass es euch gibt, ich könnte noch sagen, das ist so geil halt. Vielen, 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 vielen Dank. Alles schon, danke schön. So, Party aus. Das war meins. Das ist mein Ding. Jetzt holt euch hier gerne ein Mein-Kratsch-Defektion. Passt auf. Wir haben noch einen Gast. Einen meiner Lieblinge. Einen Mann! Einen Mann! So, das war der 1. Zieh mich jetzt gleich jetzt weiter mit dem Beatbox-Head-Record. Und noch viel mehr Team-Def. Der Rimpfoschade mit Mainnet und Pads. Der Zugreif dran jetzt beginnend. Für die Liederböde der Vorgang, Edna Sarasa, Janine Johnson, vielen Dank für die Sendung! Wir, bis später, bis später, bis später, bis später, bis später! Dankeschön nochmal! Tschau! Tschüss! 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 1 Untertitelung des ZDF, 2020